Ich höre wieder so ein... Ah! Ritz! Mutti? Oh Mann! Oh, dies muss ja mal besser rübergekommen. Pock! So... Uuund? hier ist noch irgendwas ein ding nein nein jetzt habe ich mich aber ordentlich gerettet 20.000 mal ich hätte ja einfach langlaufen können und darüber müssen wir nein das war wieder nichts okay das war doof doch nicht doch nicht jetzt passiert dann richtig meine fresse was ist jetzt los was ist denn los hier das war mal richtig knapp jetzt schaffen wir es aber ja 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 oh das leid Ich bin der Ich bin der Ich bin der Schmerz wie in der Schmerz Ich habe nicht Angst Ich konnte nur schmerzen Es war die Schmerzen die auch die oder was es etwas anderes? Hm Keine Ahnung, wir müssen die Spiegel rausfinden. Okay, wir können jetzt... Guck mal, da drüben. Wir können jetzt da hin. Ach, wieder nett. So, geht doch. Jetzt haben wir es. Ach, doch. Sind es doch solche Kaul-Quaben-Menschen. Ach so. Ich weiß nicht, wo ich hier langlaufen kann. Ach, da oben. Das habe ich zu spät gesehen. Hallo? Alter! Alter! Das war jetzt mal her. Das war jetzt mein Glück. Als Fährstand. Okay. Was ist das? Oh, das ist ein... Oh... Einander, das steht auch. Das blieb ich gerade selber nicht. Für mich ist es auch gerade zappen, du hast doch... Das ist aber dann hier. Pilze. Okay. Maddie? Maddie? Hi. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Sorry about back there. Ich bin einfach so frustrierend. Sie klingen so desperrt zu, was sie wissen, nicht immer noch etwas anderes. Es fühlt sich besser, wenn Fred hier ist. Aber... Ich habe gesagt, Maddie, ich habe nicht gehalten. Und ich fragte sie, was sie mit dem Buch macht. Oh, das? Diese Worte? Das ist wie eine Sprache. Sie sind von den Menschen, die die Stadt schon lange nachdem. Sie sind die Strays. Aber niemand möchte sie darüber sprechen. Ich habe angefangen, um ihre Sprache zu sprechen. Ich habe angefangen, um ihre Sprache zu helfen, aus einem schrecklichen Buch, das Fred gefunden hat. Dieser. Das heißt. Das heißt. Keine Bewegung, wenn die Augen öffnen. Ich denke. Ich frage mich, was das bedeutet. Whatever. Wir müssen gehen. Warum nicht du mich auf deine Beine? Es wird schneller, wenn du mich aufhörst. Ich bin immer wieder auf Fred. Ich bin immer wieder auf Fred. Schau dich auf und ich bin. Das ist gut. Du kannst mich nicht aufhörst, oder? Okay. Los geht's. Madeline climbed up on my back, und mit dem suit auf, ich konnte gar nicht mehr fühlen, die extra weight. Die winding, narrow tunnels fühlten, wie sie sich in auf mich befinden. Sie waren ziemlich long und zwischendig, wie jemand, oder etwas, hat sie rausgebracht. Mit Maddie auf meinem back, ich musste sich nicht aufhörst, nicht aufhörst, aufhörst. Gut. Okay, wir können hier runter. Achso, geht ja gar nicht runter. Es geht gerade aus. Ich bin bei der Maus ein bisschen verrutscht. Jetzt habe ich nochmal durchgeblickt. Jetzt wird die Kleidung entspricht. Ja. 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 Alter. Das ist auch gut. Cool. Seemingly bottomless pits loomed below us, everywhere in the cave. The further we got, the more I felt like, what faint light existed down there, was getting fainter. I was really glad, that I wasn't alone. Kannst du risk-champ machen, oder? Okay, warum mal? Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Boah. Wundervoll. Ich mach mit meinem Kopf hier voll mit. Jetzt ist gerade losgesprochen, wäre das Mikrofon voll übertögt gewesen, weil ich voll drauf saß. Mit meinem Mund. Ja. Meins. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja. Der geht jetzt auch nicht lang. Wir besuchen. Wo müssen wir Zeit wenn ich hoch und gerade was. Das gibt es einfach nicht. Es gibt es nicht nur noch. Das kommt, das ist ganz gut. Nichts nicht. Ist nicht nur noch. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht wirklich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier ist es wirklich. Geht's denn jetzt hier lang? Hier kam er doch, oder? Nee, doch nicht. Was ist das? Was war das? Ich habe nie gehört, wie eine Kreatur so verrückt und ich dachte, es wäre nicht so glücklich über die Besucher. Ja, ich muss den Kniveau wieder loslassen. Ja. Er ist jetzt sauber. Ach, da ging es auch noch lang. Guck mal hier. Boah, ich mach hier voll mit. Wahnsinn. Pock. Ich hab mich jetzt wieder runtergesprungen. Also wieder zurück. Nee. Ah, dann. Doch, ich hab's gehört. Sehr cool, sehr cool. Schauen wir uns die Möglichkeit, hier langzulaufen. Siehst du die glückende Plante hier? I bet something will happen if you used your grapple on it. Pah. Wie jetzt? Die nicht? Ach, cool. Kann man Licht machen. Okay, wir müssen da hoch. Und da lang. Und da. Es ist wirklich schmerz da unten. Du bist nicht so schmerz, oder? Weil ich nicht. Herzchen. Wahnsinn. Pock. Hui. Damit kann man Licht machen. Licht, Licht, Licht. Ah. Sehr cool. Nein. Zurück. Oh. Kann man's aber auch gerade noch so gerettet, ey. Ich seh nix. Oh. 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 Wahnsinn. Fasziniert von dem Spiel, muss ich sagen. Ich bin faszin... Ach so ein Busch, ich dachte, das ist ein Haufen Federn, hab ich gedacht. Der Onkel sollte aufhören zu denken. Hier. Oh. 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 He helped us build the village, taught us how to speak and helps us with everything. He taught me how to read and write as well. That's how I could learn to read the writing on the wall. Nö. Ach, nö. Ernsthaft? Was mach ich denn? Oh, von Scheiße. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Ich bin ja mal gespannt. Es scheint ja noch irgendein Vieh zu geben. Alter. So. Das bitte nicht noch mal runterfallen. Oder was ist denn auch vor uns passiert? Das wird sich gar nicht mehr. Pong. Die Pflanzen gehen dann bei der Zeit aus. Also wir müssen doch... Ach, guck mal da oben. Ich kann mal wieder so ein Schreibgerät... Okay, da hoch geht's. Alter. Lass mich doch nicht sterben. Nein. Meine Fresse. Toing. Okay, vielleicht soll ich einfach mal... Ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben. Ich bin oben. Ah, komm, komm zurück. Was? 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 Wow, Mann. Ich denke, ich habe herausgefunden, was ich mit dem Eich-Einigen passiert. Vielleicht sollten wir nicht direkt vor dem Eich-Einigen. Erinnerst du was es sagt. Okay. Okay. Ja, Schöpfen, die Gäuven. Oh Mann. Stehen bleiben. Das muss man ja annehmen, vorbei. Das wird so schön. Wo ist das Vieh? Oh, genau vor uns. Das ist ja mal näher. Okay. Okay, liebe Freunde. Wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören. Und... Oh, eine andere. Diese hier sagt, willkommen zu Hause. Ja, genau. Das ist da ein super Ende. Wenn ihr natürlich sehen wollt, was jetzt hier kommt, liebe Freunde, dann holt euch am besten dieses Spiel. Weil ich kann es wirklich nur empfehlen, muss ich sagen. Es macht echt mega Spaß und sieht gut aus. Ich meine, die Figuren sehen ein bisschen kacke aus, aber ansonsten muss ich sagen, grafisch gut. Ich weiß, wie gesagt, ich dachte, ich habe was gelesen für 2014. Aber ich muss sagen, grafisch passt, atmosphärisch und auf jeden Fall eine Empfehlung. Kostet 20 Euro jetzt bei Steam. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich kann es nur jedem ans Herz nicht. Ihr habt es selber gesehen. Das macht mega Spaß. Und ja, da würde ich sagen, war es das für das Angezockt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Angezockt. Bis dahin. Tschau.